Hallo und willkommen zur 31. Folge von Pokémon X Hardrun Aslog. Ja, letzte Folge, jetzt nehm ich hier ein bisschen ins Kraftwerk von Carlos rein und haben so ein paar Team Flair-Kollegen geklatscht. Ich hab hier noch gar nichts vorbereitet. Ich hab mir einfach gedacht, so, yo, komm, starten wir mal die Aufnahme. Das ist das Falsche. Ganz kurz, gib mir kurz eine Sekunde. Das brauche ich und das brauche ich. Ja, damit ja auch alles richtig läuft. Ist das nichts noch? Da, so. Zack, okay. Oh, was ist los? Hi. Ein Eindringling. Na warte, Mädchen. Durch welchen die Schranken weisen. Ja. Ja. Ich hab in den Kommentar gehört mir, mir ist nichts eingefallen. Ähm. Okay, ein Magnaien, ne? Sehr gut. Okay. Das Magnaien ist tot. Schön. Tja, fick dich, Rüpel. Okay, die Musik ist echt ein Banger. Da, 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 da. Ich hab nur einen Citroën, ja, den werde ich jetzt nicht benutzen. Oh, wir geben ihm noch einen Supertrank. Für 23 Kp kann man schon mal einen Supertrank benutzen, oder? Oh, wie seht ihr das? Hi, Bro. Hi, Bro. Hi. Okay. Okay. Zurückx. Hammer easy. Goldbats. Dafür müssten wir mal ganz schnell wechseln. Petaya. Bis zum nächsten Mal. Kein Recht nicht, aber im Wünschen, der killt nicht. Easy Snack. Timal, Golbert ist tot. Und Fleur ist Level 34. Sehr schöner. Mhm. Mhm. Wir gehen mal Pitaia des Münz-Amulets. Oh, ja. Okay. Hm. Hm. Ist Flotschess eigentlich Monofee? Ich glaub schon, oder? Das interessiert mich jetzt so. Ich bin mir nicht sicher. Oh nein, nein. Hm. Das war nicht, was ich wollte. Ist nicht vom Typ Pflanzer. Ne, ist Monofee. Okay. Na, der hier natürlich killt das nicht. Ne, das Ganze mal so. Cool. Jetzt optimal. jetzt noch mal genau perfekt so herr so 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 Flair, Flair, ein Sieg muss her, Junge, wie scheiße kann ein Spruch sein? Oh, die Spezialverteidigung steigt, ist, äh, Ding, ne, Spezielle Lehmschuss? Wahrscheinlich, oder? Ah, fuck. Kannst gerne da die Spezialverteidigung weiter steigern. Oh nein, jetzt macht er Zugabe. Wie viele Runden hält Zugabe? Drei, oder? Das ist nicht optimal. Puh, zwölf KP jetzt schon, ne? Äh, ich kann immer noch nicht Stärke machen. Ja, okay, Bodycheck macht nicht ganz so viel Damage. Jetzt aber. Ich wollte es schon sagen, ich habe es so auf Steigeröse übereingesetzt, wenn das jetzt nicht gekillt hätte, dann, ne? Bin ich aber auf die Barrikaden gegangen. Ich bin vorfahren. So. Puh, puh. Huh, huh, huh. Huh, huh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich gebe Power da weg. Viermal? Ne, dreimal reicht. Okay, weil es ein Crit war. Ich glaube ohne Crit hätte es nicht gereicht, aber egal. 33 für Luca Mario. Das ist doch schön. Rapidschutz? Was ist Rapidschutz? Hm. Brauchen wir glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hört ich betrunken. Hört ich etwas zu holen. Nein, das passt alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Klippunkel. Ciao, Zurückhex. Und, last but not least, Kleopada. Auch du, ich kann's gehen. Optimal. Dann werden wir nochmal rausgehen und healen, glaube ich. Ich glaube, das ist schlauer. Ich glaube aber noch nicht, dass es da drin keine Möglichkeit gibt zu heilen. Das checke ich nicht. Bro, warum existiert dieser Raum, wenn ich nicht heilen kann? Fick dich, ich kaufe eine scheiß Tafel, weiß ich noch nicht. Das ist dumm. Warum gibt's hier kein Bett drin? Warum muss ich alles wieder zurücklaufen? Oh Gott, die haben wir hier anstrengend. Dann laufen wir mal zurück in die Stadt und gehen. Nein, das wollte ich nicht. Ach, komm. Okay, wenn du sterben willst. So, ich weiß. Das war's für heute. 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 Okay, gehen wir nach da oben. Hi. Wie geht's euch so? Wenn's hier nur um die nackten Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass wir bereits genug Energie im Betrieb haben. Ja. Hi. Weißt du damit etwa, dass wir noch diesen, ja, wir müssen mich noch wegklatschen in Anführungsstrichen. Okay, komm ran mit deinem Hundemann. Oh. Oh. Well, das ist vielleicht ein bisschen schlecht, weil die Fee anscheinend nicht sehr effektiv auf Feuer ist. Das wusste ich tatsächlich nicht. Wir haben trifft Prügel bis einmal. Was ist da der Grund dahinter? Ich kenne auch Prügel. Ich kenne auch Prügel die Attacke nicht. Da. Egal was ich jetzt mache, es killt. Schau, Hundemann. Ha, schön. Flurs Level 35. Gut. Wie viel Cash kriege ich von dir? 5.760, nehme ich, nehme ich. Okay. Okay. Okay, wir hätten nicht mal, ah doch, wir hätten die Zeit, dass wir nochmal kurz hielen. Äh, ich würde doch tatsächlich ganz gerne dann Supertrank nochmal für die, ne, ne, okay, für die 4 KP. Ne, das mache ich nicht. Wenn, wenn Flur stirbt, dann übernehme ich da die alleinige Verantwortung. Aber für 4 KP setze ich jetzt keinen, äh, Supertrank ein. Da, da, da zieh selbst ich die Grenze. Aber fair, dass wir nochmal healen durften. Ja, Bedroher bringt da auch nichts mehr. Ja, Bedroher bringt da auch nichts mehr. Das war ein spektakulärer Kampf, würde ich sagen. Das war, ähm, es hätte gefährlicher werden können. Ich, es, ich dachte auch, es wird gefährlicher. Ja. 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 Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder. Ja, vielleicht hast du noch mehr als nur ein Pokémon, das bisschen überlevelt ist. Selbst da nichts... Oh mein Gott, ich hasse mich so sehr. Ja. Dann Hudo. Das ist vor und bis hierher geschafft und dazu noch diese rätselhaften Gestalten in die Flucht geschaut. Digga, halt dich fresse. Oh, Rewa. Verpisst euch. Wie nah da kann ich da rangehen, bevor ich sterbe? Kann ich da ran fassen? Hm. Äh, bevor wir jetzt weitergehen, würde ich sagen, aber war's das mit der Folge. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Schaut dann erstmal vorbei. Haut rein und ciao. Ja. Vielen Dank.